So, liebe Zuschauer, es eskaliert komplett. Die Polizei hat sich auf eine Einzelperson gestürzt und die wird jetzt verteidigt von den anderen Demonstranten. Die Polizei versucht einzudringen und sich hier Raum zu verschaffen, um ihren Zugriff durchzuführen. Aber hier an dieser Stelle ist die Stimmung richtig schlecht. Die Polizei hat sich auf eine Einzelperson gestürzt und sie hat sich auf eine Einzelperson gestürzt. Die Polizei hat sich auf eine Einzelperson gestürzt und sie hat sich auf eine Einzelperson gestürzt und sie hat sich auf eine Einzelperson gestürzt. Frieden, feiern, reine Diktatur! Frieden, Frieden, Frieden! Also laut dem Polizisten wurde ein Polizist angegriffen, vielleicht war es aber auch eine Reaktion auf einen Räumungsversuch, das wissen wir jetzt gar nicht. Es wäre aber natürlich sehr interessant, von wem die Aggression ausging. Wow, da trieb ich einen, der vor zwei Wochen eine Frau auf dem Boden geprüft hat und der nicht gefasst wurde. Verdammte Scheiße, der mit dem blauen Wander und der weißen Käppchen. Der hat vor einer Woche war das, wurde eine Frau niedergeschlagen an der Warschauer Brücke. Der Fall wurde auch zur Anzeige genommen und ich weiß nicht, ob der Täter gefasst wurde und ich bin mir jetzt sicher, weil die sind zu zweit gerufen und daheim in der Alternative und sein Kumpel, der mit der Käppchen und dem blauen Teil und der Sonnenbrille, der komplett auf anonym ist hier, das war die Person, die die Frau...